und herzlich willkommen bei einer neuen folge ARK hallo also das spiel macht seinen namen wirklich alle ehre ARK möchtest du uns damit was sagen? ja ARK ich überlege gerade schon wieder wo ich bin ich habe mich glaube ich schon wieder verlaufen es ist ja typisch ich habe 13 Hyde mitgebracht Hyde? ach nein da ist ein Vogel irgendwie backt der gerade am Wasser rum und außerdem fliegt der gerade irgendwo in der Nähe von unserer Hütte siehst du ihn? will ich mal raus gucken? ja kannst du gerne tun huch leckt katz irgendwie wo ist er der Vogel? oh da sind wieder so Bienen geh weg ah da ist er der Vogel was macht denn der da? ja er ist aber tödlich ich möchte nicht sterben ich bleib in der Base hat der Bisch ab der Vogel aber was liegt denn hier alles rum? das sind die dinge die du immer wieder kriegst wenn du startest aha dann schmeiß sie doch weg oh meat das nehm ich doch gleich mal toll geh mal hier rein in die Hütte hallo ich glaube ich habe noch keine Schuhe gemacht habe ich dir Schuhe gegeben? ne 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 ach was fehlt mir da schon wieder ach heiz 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 was sind die denn? heiz? ach hier heiz 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 ähm ich geb dir die gerade mal Moment Hä, wie kann ich denn die Hä So, jetzt, hier, da Schuh 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 So Danke Ähm Okay Was haben wir denn noch so alles schönes hier Welche Kiste waren das jetzt Was war das hier Squirt Meat Metal Lint Ähm Raw Meat Genau, ich müsste ja noch Fleisch machen Chitin Wo mache ich denn das mal rein Ich mache das hier rein So Fetch Ähm Ja Noch ein bisschen Freisch Freisch Freischblaten Äh, Fleischbraten meine ich Du bist so still Ich bin am essen Das sind wahrscheinlich schon wieder Reifartige Fleisch, ne? Hm? Ja Klar Willst du die aus dem Feuer holen oder soll ich? Ach, ich mache das Ich muss raus Ich muss hier was essen Ich tue aber 5 neue rein So Was machst du denn? Das ist doch brennen Nein So Ähm Welches Level sind wir denn jetzt mittlerweile? Level 5 Jetzt kann uns bald keiner mehr was Unbesiegbar Nur der Vogel Nur der Vogel Ähm 5 Punkte habe ich Was skille ich denn? Überleg gerade Ähm Wir könnten Mal einen Sattel machen Ne, warte mal Sattel habe ich doch Glaube ich sogar Haben wir nicht einen Sattel? Sattel Parasau Sattel, genau Ja Da müssten wir uns bloß so einen Parasau mal irgendwie Äh Ja Müssen wir mal Ding ins, ne? Da müssen wir bloß schauen Weil Der braucht immens viele Bären Aber das macht nix Ähm Wie viele Narcobären haben wir denn? 17 Das müsste eigentlich reichen Wollen wir es mal probieren? Du redest hier gerade von immens vielen Bären Und 17 ist wirklich match Ne Narcobären Narcobären Äh Wenn dann andere Bären noch Aber das macht nix Sie müssten eigentlich reichen 29 Also ich probiere das jetzt mal, ne? Okay Okay Hoffentlich läuft der nicht weg Hallo? Ich treffe den nicht Jetzt habe ich ihn Nein Hä? Jetzt aber Nein Der läuft weg Verdammt Shit Ah Der backt fest Wieso kann ich denn jetzt Nicht so weit schießen? Jetzt habe ich keine Steine mehr Nicht totschlagen, ne? Nicht mit der Axt oder irgendwas Prügel Weil sonst stirbt er Nur bewusstlos schlagen Äh Ich bin paralysiert Da ist so ein Da ist so ein Da ist so ein Nein Okay, Moment Ah Mist Viel Oh Gott, es sind zwei Scheiße Ich muss gerade mein Speer reparieren Nein Tot Aua Mach doch den Speer Aua Der spuckt Ich habe es geschafft Ich lebe Wahnsinn Was für eine Action hier Ja, meine Damen und Herren Ich wurde für das Wohl des Dreams geopfert Boah Wahnsinn Yeah Mist Vieh Kann ich den jetzt nicht irgendwie prügeln? Kannst probieren Der läuft weg Nein, der läuft in den Dschungel Bleib hier Bleib hier Fall doch rum Was macht der mit mir? Ich sterbe, glaube ich, gleich Oh, Steine Steine Ganz viel Steine Hier gibt es keine Steine oder was? Hallo? Doch, hier Deine Deine Bin gesundheitlich etwas angeschlagen Was? Warum? Ja Hätte ich schon wieder verfolgt? Nein Was? Na gut Nein So, Zwille Hallo Hallo Zwille War der nicht noch irgendwo hier? Nein Jetzt ist es dunkel Jetzt brauchen wir eh nie auf die Jagd gehen Jetzt ist Nicht gut zum Jagen Davor war da auch schon dunkel oder nicht? Was? 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 Davor habe ich auch schon nichts zu sehen Hä? Weshalb habe ich das auf die Null? Hier auf die Null das Fleisch Ja, genau Und geschissen Ey, du bist so ein kleiner Scheiß Ich bin nur am kacken So, auf der 6 Mh, lecker Fleisch Lecker Hallo Was machst du? Ich dachte eigentlich, ich singe so ein wundervolles Arbeitslied Aber Arbeitslied? Ja So beim Steine schlagen Hier heißt dieses Wanderslied Von den blauen Bergen kommen wir Okay Unsere Lehrer sind genauso doof wie wir Ah, das meinst du Ja 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 So Wir haben ein bisschen Fleisch Hey Du lässt das Fleisch hier verbraten Was machst denn du? Ich dachte, du bist hier am Brutzeln Ich? So reingetan Warum ich? Na gut, ich nenne es mal runter Mach mal zwei drauf Bin ich hier schon der Koch oder was? Ja klar Standst du hier gerade so wundervoll Und hast das Fleisch reingemacht oder nicht? Nee Da weiß ja niemand mehr, was er gemacht hat Nee So, Spoilt Meat Kommt hier in die Kiste rein Was kann man mit der Kohle machen? Was? Charcoal? Ja, da kann man auch irgendwas machen Echt? Irgendwas Wie schwer bin ich denn jetzt eigentlich? Ach, warte mal Ähm Auf was soll ich denn skillen? Auf Melee Damage Okay, ich mach mal Melee Damage Ich hab 13 Punkte Was skill ich denn? Ich mach einen Wassersack Boah, bist du ein Sack, mach der einen Wassersack Oh, der kostet 6 Punkte Boah, Wahnsinn Was mach ich denn noch? Also ich brauch Heid Heid, Heid Blood Extraction Was? Was ist das denn? Spark Powder Hunter Pestel Ähm Fiomia Saddle Gibt's denn noch so schönes? Standing Torch Ja Ja, nimm mal die Sicher Dann können wir es ein bisschen ausleuchten hier alles Okay Das können wir machen, genau So ringsrum um die Hütte wahrscheinlich, ja? Oder ein bisschen weiter entfernt oder so So, ich hab noch 7 Punkte Narkotik Auch das könnte ich machen Increases your health But puts you to sleep Was? Willst du nicht schlafen? Hm Sag mal hier Can be used to grind your sources into a new substance Okay Machst du eigentlich die Haus-Sachen alle, oder was? Ja, so gut wie alle Okay Sleeping bag Ich könnte ein Kämpfer ja noch lernen Also ich bin an Sleeping bag grad dran Okay Eigentlich müsste ich fast alles lernen Ist ja Quatsch, wenn einer Das und der andere das und Die Sache ist, du wirst später so viele Skill-Punkte brauchen Wahrscheinlich, ja Hm, was lernen wir denn noch? Single-Panel-Flag Paintbrush Ich hab jetzt noch 4 Punkte Mach ich mir denn 4 Punkten Verbraten Ja Wohin damit? Fetch Foundation Könnte ich machen Nee, mach ich nicht Hier haben wir die Punkte mal auf So Was haben wir hier? Ein Gramm-Torch Was brauchen wir denn für die Standing-Torch? Wo ist denn die überhaupt? Hä? Wo sind die Hä? Da ist sie Fetch Machen wir ja genug Acht Fetch Wo sind die denn alle? Wo hast sie versteckt? Vor dir ganz weg Aber ganz weit weg Was? Wo hast du die hin? Irgendwo in den Taschen Äh, in den Storages Na toll, jetzt fängt es zu pissen an Fetch, da ist sie doch Ähm Wie viel soll ich denn machen von dem? Von diesem Standing-Torch? Mach 3 Stück oder so 3 Gut, dann machen wir 3 Sollte ja hoffentlich Also die Sache ist Die verbrauchen ja auch erstmal Ressourcen Ja, aber nicht so viel Ja, aber nicht so viel Also ein Flint, ein Stone Acht Fetch Das geht eigentlich So Hab ich gemacht Wo stellen wir die denn hin? Hm Einmal zum Wald wahrscheinlich hin? Hm Zum Wald Wald Ähm 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 Okay, jetzt ist es richtig dunkel Ich gehe mal wieder zurück Zum Wald Das ist die 7 Zum Wald hin Ja Also geradeaus Aus der Hütte raus Ja? Gehe ich mal hoch Und stelle dann eine Torch auf Genau In den Wald rein In den Wald? Ja Nein, doch nicht in den Wald Was machst du denn vor dem Wald jemals? Also ich würde es dir da In den Wald reinstellen Damit du da Aber Holz und alles sammeln kannst Ich stelle es nur mal An den Rand hin, oder? Weil die sind doch relativ hell Die Dinge Hätte ich jetzt gesagt Test es doch einfach aus Weil die Sache ist Am Rand wirst du es nie Im Leben brauchen Wenn im Wald Wo du so oder so Nicht siehst Ja Ähm Wie stelle ich die denn hin? Hä? Genauso wie das Schlagerfeuer Ich nehme die in die Hand Can't play Standing Torch Is Obstructed Na tolle Wurst Ich kann es da nicht hinstellen Okay Also das geht hier nicht Ich kann Ah, hier geht's Hier geht's Äh Obstructed ist ja wahrscheinlich Umwachsen oder nicht Kann ich die anmachen? Standing Torch Ja, wie mache ich die denn an? Hä? Achso Natürlich Ähm Wie viel? Ah, ich mache mal alles rein So Light Fire Boah, geil Cool Naja So ultra hell Ist das jetzt auch nicht So mies oder was? Naja Bebringe tut es ja nicht Dann würde ich sagen Bau eine Taschenlampe Dann bleib Dann stelle ich vielleicht noch eine Hier hin Nicht weit von der Hütte Hätte ich gesagt Genau Jetzt habe ich kein Holz mehr Haben wir noch Holz? Gut Kein Gut Aber ich muss sagen Man erkennt schon wenigstens Zum Glück von etwas weiter weg Wo die Base ist Ah, gut Ähm Boah, aber nicht so viel Hä, hallo Na komm Lella So Apropos Wir waren jetzt schon ja im Kino Ach Und Und Ähm Doch nicht Pixels Sondern Ant-Man Aha Und Wie? Richtig geil 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 Also uns hat es so richtig gefallen Das ist so eine geile Mischung gewesen Aus Humor Action Und Ähm Einfach nur gute Aha Kann ich nur jedem empfehlen Boah, boah, boah Was läuft hier? Hallo? Was ist das? Okay, ich stelle ihn mal Da hin Wo steckst du denn? So Boah Geil Was ist das? Wenn ich dich bewusst los schlage Kann ich dich auch mit Narko-Bären füttern? Nein Ich will es erst gar nicht wissen Huch Was war das denn jetzt? Plötzlich war das Licht weg Ähm Dir ist schon aufgefallen, dass ich daneben gerannt bin Was? Wo? Ich hatte gerade meine Fackel in der Hand Ich bin an dir vorbeigerannt Und dann kam nur so von dir Huh? Also wo ich dann auf Waffe gewechselt habe Huh? Das Licht ist weg Geh nicht ins Licht Gott, wie viel muss der denn jetzt essen hier? Na komm, ess Krabbel, ich bin schon wieder am krabbeln Krabbel, krabbel Ich glaube ich müsste auch mal ein bisschen Ah, jetzt ist die Fackel aus Na toll Ja, liebe Leute Und heute haben wir einen krabbeln Warum ist jetzt die Fackel aus? Ne, da ist sie doch Ja, holz alle Ne Aber so toll leuchten tut die jetzt auch nicht Finde ich Oder? Ne, da ist die normale irgendwie Deutlich härter, oder? Ja, hätte ich auch gesagt Also sagen wir es mal so Als Signalfackeln An der Hütte Ja, ist so ganz okay Ach ja Hast du das schon gewusst? Warte Wenn du irgendwo lang spartierst Und dann plötzlich in den Kampf gerätst Fackel hin schmeißen Und Waffe nehmen Und los geht's Was? Mit Rechtsklick kannst du die Fackel hinwerfen Ach Kannst du die dann auch wieder aufheben? Ja Ah, okay Ganz normal Super Ja ey Bin begeistert Oh, also Mir hat es echt gefehlt Weil jedes Mal wenn ich auf Waffe gezwitscht habe Oder so War dann dunkel Da ist ein Holzfäller Ich kann ihn hören Was? Nein Das täuscht Also ich mag es eigentlich nicht nachts zu arbeiten Nein? Das ist, äh, nein Also ich bin total der Nachtschicht Äh, Nachtschicht Nachtschicht bist du Ey, du bist Nachtschicht Äh, ja, weißt du Äh, weißt du Weißt du Ey, das sieht so cool aus Und da oben, ne Mit der Hütte Weil der Leitsport hier Was machen wir da? Machen wir ein Hochhauschen, oder? So Marzahn mäßig Wird schon irgendwo auf dem Berg Irgendwie sind dann die Wir sind dann die Hausmeister Hausmeister Krause, ne? Hausmeisterin bitte, ja Achso Hausmeisterin Die zwei Argumente Müsstest du noch erkennen können Oh, es wird wieder hell, sehr schön Oh, ich hab Hunger Ja, ich hab gerade schon Fleischchen gegessen Aber ich esse, glaube ich, noch eins Die Arbeit macht ganz schön Hunger So ein Nimmersatz Das ist, glaube ich, noch eins So Hm, ja Sieht ganz gut aus Hm Ein bisschen kann ich noch tragen Aber auch nicht mehr allzu viel Was? Oh, die kann's Oh Was? Die rammst du ja richtig in den Boden Was? Die Fackeln? Ja Ja Oh nein Oh nein Ein Cook meets Bolt Ich meine Deine tragbare Fackel Moment Oh, hier hat gerade ein Steinchen ab So Nochmal Was? Deine tragbare Fackel Wenn du die rammst so richtig in den Boden Und wirfst sie nicht einfach hin Ach Okay Also gerade stand sie auf jeden Fall im Boden Aha Was ist das denn? Kann ich das auch abbauen? Ah ja Aber das sollte ich vielleicht, glaube ich, lieber mit dem Weilchen hier machen Weißt du, wofür das Licht da ist? Welches Licht? Nein, ich gehe nicht ins Licht Die Türme, die da leuchten? Äh, ja Da kommt aus dem Himmel Ähm So Loot runter Echt? Ja, da brauchst du bloß hingehen Und je nachdem, was von der Farbe Der Strahl hat Dementsprechend ist die Qualität des Loots Okay Aber da gibt's keine Monster drumrum, oder was? Kann passieren, ja Möglich Oh, I'm tired And I'm far away from the base Also ich glaube, dann wäre ich gleich mal eine Äh, 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 wie essen die nochmal? So, 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 so Eine Reise Eine Boah, ich komme jetzt auf diesen verkackten Arm nicht Was? Ähm Wo ist denn das Metal? Metal Metal Hier ist Metal So Also Steine, Fiber, Wood Und das behalte ich, glaube ich, mal bei mir in der Tasche Okay John wieder tot! Nein! Ja, prima! Das ist doch, äh, das perfekte Ende für die Folge Hahaha Du hast doch drauf gewartet! Ja, richtig! Genau! Und wir sehen uns in der nächsten Folge zu einer neuen, äh, Session Arc Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein Tschö mit Ö!